Ich glaube, ich gehe den Weg erstmal mit ihr. Und mit unserem Dings hier, was ist das? Überrumpeln Stufe 2, Angriffs-Kritt. 28 Punkte. Ich weiß nicht, was Überrumpeln 1 ist. 19. Boah! Kann man eigentlich nichts falsch machen, oder? Da kann man nicht so viel falsch machen. Na gut, die Sachen haben wir ja soweit ein wenig gemacht. Was man jetzt machen könnte, wäre dem Schwert noch was geben. Ungestimmtes Maragd, fügt Nahkampfangriffen, Blitzschaden hinzu. Stark bei Wasser. Okay, davon haben wir auch noch einen. Ah, das ist Wasserschaden, gut bei Feuer. Aber Schwach bei Blitz, ah, das ist wieder so, wie man das so aus vielen Spielen kennt. Sowas wie die, ähm, den schönen Retro-Dings, Heroes of Mind, äh, äh, Entschuldigung. Äh, ist auch ein tolles Spiel, Heroes of Mind and Magics, ja. Aber was ich meinte, ist jetzt, ähm... 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 Ist das toll, wenn einem der Name wieder so komplett entfallen gerade ist. Ähm... Moment mal... Ich liebe es, ja. Ich, ich, ich hab das Spiel vor mir, et cetera. Und ich weiß gerade nicht genau, wo die Namen der dabei so ähnlich angenehm war. Ein wenig, ähm... Von einem, der Lieblingspublisher von mir, Head-Up Games, äh... Pixel Heroes? Byte in Magics. Ja, mhm, siehste. Das, das siehste. Siehste, ich hab... Ja, genau. Genau. Da hat man zum Beispiel auch das Dreieck. Oder bei, ähm, sowas wie Fire Emblem und so. Oder das Viereck, besser gesagt, ne? Also, es gibt eigentlich ein Dreieck und es gibt aber auch mehr da noch, ne? Also, kommt immer darauf an, wie viel Sachen man hat. Alter, oh, da kannst du Bücher mitfüllen. Ey, das ist so geil gewesen, in dem Sinne. Ne? Weil das Spiel ist einfach so richtig oldschool grottenschwer. Und das ist so toll. Das ist so toll. So, äh, manchmal ist es einfach toll, wenn es so toll ist. Warte, ähm, wenn er Wasserschaden hinzufügt. Ja, Wasserschaden, aber Wasserschaden ist jetzt nicht bei Feuer. Schwach bei Blitz, okay. Warte mal, kann ich mal was gucken. Hier habe ich den roten drin, ne? Sagt mal. Oh, Leute, wisst ihr, was wir machen können? Wir können den hier rausnehmen, hoffe ich. Okay, irgendwie habe ich es geschafft. Ich habe einfach rumgeklickt. Und wir können uns damit einen Diamanten zaubern. Glaub ich. Hä? Okay, eins, zwei, drei. Will der mich nutzen? Ja, hab ich doch. Blau, rot und grün. Blau, rot, grün. Warte mal. Warte mal, entfernen. Mit entfernen, entfernen nicht. Ist das nicht, ist das nicht egal, welche Reihenfolge das ist? Blau, rot, grün. Und jetzt funktioniert sogar was? Nö. Brauche ich irgendwas dafür? Hä? Ich verstehe es grad nicht. So, hier ist der Diamant drin, da ist gar nichts drin. Und warum geht das jetzt nicht? Er hat auch noch einen Plan, ne? Ich brauche ja nur alle drei Farben. Warte mal, ist der geschliffen? Ah! Das ist ein geschliffener Rubin. Und deswegen, warte mal bei dem Tipp. Geschliffene Rubine gehen nicht miteinander. Drei rote Leckeschliffene Rubinen. Blau, rot, gleich links. Ich stehe da immer bei, was das macht. Okay. Ungeschliffene Tomali. Tomalinen. Wollen wir den herstellen? Ja gut, das klappt nicht. Interessant. Interessant. So, jetzt hat man ja. Sie hat jetzt das Ding drin. So, das ist der geschliffene Rubin. Verringert den Magie Schaden. H5. Aha. Feuerwiderstand. Magie Schaden. Bisher haben sie alle mit drauf rumgeprummelt. Äh. Ja gut, ich würde sogar sagen. Weil der andere der Heiler ist. Würde ich sogar sagen, geh mal in den Kram. Was hast du hier eigentlich für'n Kram drin? Kann man das mal sehen? Ein angeschriffener Saphir. Na gut, dann würde ich dir das geben. Für dieses Teil. den Anhänger. Ähm. Warte mal. Ungefliffene. Erhöht die Magie. Kommt das auch drauf an, wo ich es reinstecke? Oder wie oder was? Ich habe Kapitän natürlich keine Ahnung, weil ich spiele es ja blind, aber blind könnte man auch deutsch sagen. Für Nahkampfangriffe, Wasserschaden hinzu, Wasser ist stark, okay. Oh lol, tatsächlich es hat Auswirkungen, wo rein ich etwas wohnen. Lähmung! Ne Lähmung! Ja, das finde ich doch mal geilo. Nehmer. Kinder mit Kinder. Lähmung, alter Übel. Ausweichung ist, okay. Ja, gut. Ich würde sagen, er ist relativ gut gerüstet. Was haben wir denn hier noch? Die Flöte. Ich weiß immer nicht, wofür die Flöte sein soll. So, warte mal verteilen. 43, wie viel hast du? 62. Ja gut, aber ich sage mal so, es wäre gut. Ähm... Wie viel habe ich davon? 2. Stärke. Ja, Stärke kannst du auch nicht zu wirklich gebrauchen, weil die geht aus Magie. Die magische Stärke. Und Leben, aber Leben, glaube ich. LP 80. Der andere hätte LP 100. Ja, den kann ich jeden gebrauchen, meine Liebe. So. Ja, das kann man im Kampfgruß gebrauchen. Wiederbelebung und so weiter geht jetzt auch nicht. So. Wollen wir mal ein Bekenntnis uns anschauen. Oh Gott. Kann man das anklicken? Mehr kommt da nicht. Was der Zeitenläufte waren uns nicht hold. Aha. Götter vergessen im Tempel. Verblassen. Prost. Leer ist der Palast. Von allen verlassen. Nochmal verlassen. Toll. Manch Staubknäuel einsam durch die Flur rollt. Ja, da kennt sie nicht die schönen guten Staubbräuse hier. Ähm... Unter mattem Rost glänzt das Thrones Gold. Öhm... Mh... Mh... Da ist der Monitor. Ich muss ihn mal wieder reinigen. Ähm... Ähm... Er blindet die Fenster. Was? Er blindet die Fenster. Boah, ganz ungewollt. Ähm... Da sind Häuser, die sind so ein bisschen verlassen. Und die sehen auch so aus. Die Fenster. Es ist auch schon ein bisschen... Schade eigentlich drum, ne? Aber... Ähm... Es gibt so viel... Wohnknappheit. Und malala. Und dann... Ja, nö... Ne? Lassen wir einfach auch alles so... vergammeln. In dem Sinne. So, aber dann wollen wir mal weiter machen. Äh... Die Entdeckung stehen... Stehen? Wie Statuen so fahl. Die Entdeckung? Ne, Entdecker. Ach, die Entdecker... Ah, okay. Äh... Aber was soll das? Stehen? Stehen. Ja. Ah! Aber dieses Apost... draufgedöns... Das ist doch eigentlich wirklich so amerikanisch. Naja, gut. Oh... Hm. Es deutet ja nur an, dass etwas in dem Wort fehlt. Da fehlt nur ein E! Dann... Schreibt's doch einfach hin. Äh... Der Lieder geschlossen. Kopf leer. Wie... Der Saal. Alle Hoffnung... In die Zukunft. Er starb. Er starb. Oh Gott. Boah! Was ist das für ne Form? Holla die Waldfahrer. Ich hab diese Zeitenform auch super geliebt. Nicht weil es die Zeitenformen an sich sind, sondern... Ähm... Das Schlimme ist ja, dass wir... Ach, ich sollte nicht über... Ich sollte mich nicht über... Ähm... Solche Dinge auslassen in dem... Genau. Aber so... Warum? Warum muss alles Latein, Griechisch und sonst wie genannt werden? Wir sind in fucking Deutschland, Mann. Nein! Wir müssen alles Mögliche an... An komischen Gedöns haben, ja? Ja, oder auch dann wieder Englisch da drin, wie... Plusquam! Perfekt! Was ist ein Plusquam? Und... Keine Ahnung. Und... Na gut... Ist das so eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Aber das klingt so irgendwie... Keine Ahnung. Naja... Was ist ein Quam? Kann mir jemand mal sagen, was ein Quam ist? Ah... Ich weiß es nicht. So... Ähm... Äh... Es gibt Leute, die lieben sowas, ne? Grammatik, Tralala und so weiter... Und die kriegen das grausige Kotzen... Ähm... Wenn sie dann mal jemand sehen, der es nicht kann. Also... Das würde ich wahrscheinlich sagen. Gibt's auch. Einer gut. Was nützt das ganze Aufregung? Scheiß drauf. Ähm... Das gestern wird kampflos unrein. Das gestern wird kampflos unrein. Also... Und matt. Hm... Ohne dagegen anzugreifen, okay. Ja... Weil es dreckig... Und Tralala durch Staub und Pieper probiert. Alte Größe... Ein unbeschriebenes... Da fehlt auch wieder nur ein E, ne? Unbeschriebenes... Blatt. Näh... Ist doch jeder Riss, oder? So, ey... Das ist ein Buchstaben nochmal weg. Bin ich... Bin ich Franzose, oder was? Kann ich denn... Kann ich diesen Buchstaben wieder nicht lesen? Nein, ich weiß. Ähm... Ist ja auch sehr schön. Ähm... Welcher Buchstaben? Was denn? War das nicht sogar das I bei denen? Ähm... Ich weiß es nicht mehr. Äh... Aber... Das klingt immer sehr lustig bei denen. So wie... Die Chinesen... Auch... Ich weiß nicht... Oh Gott, ich hab bereits rum in ihren Kopf. Ich glaub bei mir staubts auch grad in der Pirna oder so. Ähm... Ja! Sowas lieb ich, Steam! Dankeschön! Warum tust du mir die Scheiße schon wieder an? Ähm... Ihm droht die Aussicht auf ein finsteres... Grab. Wem denn überhaupt? Dem Gemäuer? Oder... Den Tempeln... Die verlassen sind der Götter... Alfinster... Okay... Ach... Philosophie... Komm raus, du bist ne Zingel... Ja, äh... So ungefähr... Ja gut... Ja gut... Sieht schon ziemlich komisch, ne? Ne, äh... Was ich meine ist... Dieses... Und... Und... Gott sei Dank sieht man's grad nicht hier beim Hauptbildchen... Ha! Ich hasse es... Aber es ist nicht nur Steam... Es ist... Alle... Allesamt... So... Hey, ich muss dir sagen, dass Fritz Puddelipuh... Gerade ein Spiel gestartet hat! Oder sich in der Nase gebohrt! Oder gepupst! Das ist mir doch... Schön egal! Alter, das nervt! Ja, das... Das... Vor allem... Du musst dich ständig neu einstellen... Und sagen... Halt... Die... Klar... Es ist grauenvoll, ja? Was soll das? Why? Ah... Okay... Okay... Oh, es war ne andere Nachricht, Entschuldigung! Ich muss mal nachgucken, weil... Entweder beende ich jetzt eben, äh... das Programm oder... ähm... Ach ne, warte... Das war jetzt bei der Freundesliste irgendwie, ne... Einstellung und tralala... Man muss ja überall seine Einstellung immer weiter verstreuen und tralala... Damit möglichst keine Sau mehr durchsieht, wo irgendwas einzustellen sein könnte... Nein, man kann es nicht an alles an einem Ort lassen, sonst... Wäre es ja zu einfach! Ne... Sonst wäre es ja zu einfach! Da wird man ja auch alles wiederfinden! Ne... Das wird auch keine Sau! Oh... Ah... Entschuldigung... Ähm... Okay... Warte mal... Benachrichtigungen... Warum ist Sound abspielen überhaupt schon wieder an? Äh... Gruppenevents und Ankündigungen... Alter... Geht mir... Geht mir bitte auf den Piss! Gut... Chat... Chatbenachrichtigungen darfst du mir gerne schicken... Also mit blinkendem Fenster oder so... Quatsch... Aber das war's auch schon... Weil gerade wenn man so mit Live-Lessplay irgendwas macht... Und dann ständig irgendwie... Kommt irgendwer irgendwas... Und macht Pups... Dann will man das gar nicht jetzt... Dann will man sich ja jetzt auf das Spiel konzentrieren... Und auf vielleicht den Chat noch... Oder sonst sowas... Aber ich... Ja... Wobei mir ist letztens auch was ganz ganz lustiges passiert... War jetzt in dem Sinne gar nicht so Live-Lessplay-mäßig... Aber... Ähm... Und zwar kann man ja über Discord kann man auch Leuten zuschauen... Sprich... Man macht einfach einen Rechtsklick oder so ein Profil... Und da drunter ist direkt Anrufen... Und... Äh... Ich habe dann gesehen, dass... Ähm... Eine nette Dame... Und zwar die... Oh! Warum hast du so einen schweren Namen? Ähm... Felizania... Oh Gott... Es ist... Ich kann ihn kaum aussprechen... Aber... Felizania... Das die... Ähm... Gestreamt hatte morgens... Und da wollte ich mal rein blöken... Ich habe dann auch Rechtsklick gemacht... Wollte Profil öffnen... Und dann kannst du quasi in den Stream rein joinen... Ohne irgendwie noch... O-Sec-Mac zu machen... Oder irgendwie sowas... Und bin dann statt auf Profil auf Anrufen gekommen... Und da habe ich...